Danke, danke, Hobies, danke, schön, dass du mitmachst, toll. Die Technik. Ja, du, gestern bei Witcher, wie oft du das Spiel neu starten musstest, bis ich herausgefunden hatte, warum mein Spiel immer abstürzt, ne? Witcher 2 hat zwei Bugs, wie ich jetzt herausgefunden habe. Ah, echt? Ja, ja, der eine betrifft die deutsche Untertiteln, da gibt es halt einen Bug, was das Äh, Öh und so weiter angeht. Okay, das ist nicht... Dadurch kann das Spiel zum Beispiel abstürzen. Dann gibt es... Ja, dann... Also, ich hab's halt ausgeschaltet, weil ich von dem Fehler wusste, deswegen hab ich's ausgeschaltet, da hab ich keine Untertitel. So, ähm... Der andere Bug ist, wenn du zu viele Speicherstände hast, du kannst dir nicht aussuchen, auf welchem Speicherstand du speicherst, das heißt, er legt immer und immer und immer und immer wieder eine neue Datei an. So, das Problem dabei ist, dass du dann erst mal, weil du musst ja die Speicherstände löschen, die kannst du nicht im Spiel löschen, das heißt, du musst in den Ordner dafür reingehen, musst dann gucken, ah, okay, ja, das ist da, das und das sind die Dateien und darfst aber auch ja nicht die falsche Datei löschen, weil sonst ist nämlich dein Spielstand weg und den kriegst du dann auch nicht wieder. So. Ich jetzt? Und ich dann alles erst mal gelöscht, bis zur aktuellsten Uhrzeit geguckt, sodass ich nur noch drei Spielstände hatte. So, und danach lief es. Danach konnte ich bis, ich glaube, Gott, ich glaube, äh, drei Uhr. Bis um drei Uhr hab ich dann, ohne dass es nochmal abgestürzt ist, konnte ich dann spielen. Ach, es war, es war ein Graus gestern, die ersten zwei Stunden. Das war nicht schön. So. Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, ich hab meinen Ballzell gleich. Kann ich mir lebendig vorstellen, hm? Äh, ja, ich bin hier gleich fertig mit meinem Ball-Dings hin, wobei wir ja sowieso noch auf den Vorschuss warten. Achso, du stylst gerade deinen Ball, hm? Ja. Ein Bro... Okay, ein kurzer Moment mal noch. Ich bekomme mein Liedwollechen. Oh, okay. Äh, ja. Ich muss nur kurz, äh, Decke holen, weil mir gerade kalt ist. Aber die ist... Äh, ja, äh, mach, mach das. Äh... Zehn Sekunden weg. Eins. Also, bis gleich. Zwei. Drei. Okay, so, was, 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 nee, das will ich nicht. Ich glaube, wir bleiben... Und da bin ich wieder. Sehr schön. Ich kann mich nicht für einen Hut entscheiden. Die sind alle doof. Okay, äh, was sind deine Favoriten? Äh, ja, ich hab mich schon entschieden. Ich bleib bei meinem Standard. Zumindest bei dem Standard... Katzenohren oder Mäuseohren? Ja, Katzenohren. Katzenohren, also. Katzenohren. So. Ich glaube, wenn ich find's witzig ist. Frustus muss nur noch sein, äh, Mikroherr. Den kriegen. Eventuell, äh, wenn ich helfen soll, dann... Dann würde ich auch nochmal hochflitzen. Achso, er ist schon... Er, 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 er ist zumindest im Discord, aber... Noch nicht... Jöp. Noch nicht bereit. Aber ich muss ja hier erst mal, äh, ne, erstellen und... Maps suchen. Er ist nicht bereit, aber er hat eine Form. Ähm, gut, wir starten erst mal mit der Classic Map. Würde ich sagen. Mit einer Classic Map, yo. Äh, Strokes 15 wieder. Ja, Zeitlimit 3. Custom. Springen erlauben. Also, Custom, ach ja, das meinst du. Ja. Wollte mich nicht mehr Standard Map abfangen? Ach ja, Custom kann man ja haben. Nur dann darf man springen, hm? Äh, ich kann Spring allgemein einstellen. Also ich, äh... Achso, ja. Ja, ja. Custom hier. Die extra Dinger. Kann auch die, äh, die Bouncy einstellen. Bouncy? Bouncy. Bouncy Ball. Change, change the bouncyness of the ball. Ha. Also das heißt, wie viel er abfreit und so. Jop. Oder wie stark das dann ist. Es, 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 es ist normal. Der Native schießt. Ja, lass das auch lieber so. Äh, no Reset. Ich, den Rest lasse ich beim Standard. Ähm, kannst du die Reset, ähm, straf rausmachen? Oder willst du das drin lassen? Ich, ich, ich will es diesmal wieder drin lassen. Okay, gut. Nur damit ich weiß. Ähm, so, warte, ich lass dich schon mal. Äh, ja. Das ist richtig. Hallo? Hallo? Ich hab was gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, ich glaube fast, das war bei mir die Einladung. Ah, okay. Könnte aber auch, könnte mich aber auch hören. So, da sind wir. Äh, okay. Äh, das, ansonsten kann ich dir auch nochmal helfen. Kann sonst auch schnell kurz hochgehen. Dum, 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 dum. Wir sind heute, wir auf Grave. Du müsstest aber auf jeden Fall gleich erst mal, äh, äh, dich zumindest online zeigen, anders kann ich dich leider nicht einladen. Ha, la, 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 la. Ha, Grasslands, die klassische Map. Doch, warte, es geht mittlerweile. Doch, ich kann mich einladen. Mh. Ah, okay. Okay. Dum, 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 dum. Hallo, Thomas. Schön, dass du reinschaust. So, ich hoffe, du hast die Einladung jetzt bekommen. Äh, Rischus? Hoffe ich auch. Ja, ich, äh. Mir liegt das schon in den Fingern auf Abenteuern zu gehen. Okay, nein. Ja, diesmal ging's mit, äh, dass ich's anwählen konnte, aber, ob er nun... Hallo? Ja. Hört ihr mich? Ja. Ganz, ganz leise, aber wir hören dich. Zumindest ich. Ja. Ich hör dich auch. Ich kann nicht auf jeden Fall... Ich hab die Lauter gemacht. Bitte schrei jetzt nicht. Okay, ich hab gar nichts eingestellt jetzt weiter. Jetzt geht's plötzlich. Also, Discord ist echt... Keine Ahnung. Okay, bei mir hab ich die Benutzerlautstärke ein bisschen untergedreht. Äh, ja, den muss ich jetzt auch mal kurz runterdrehen. War ich zu laut? Du bist zu leise. Ich glaube, da muss jemanden möchten. Logischerweise. Ja. Äh, bin nochmal... Ich mein, die Auswahl ist ziemlich klein, wenn es drei Leute sind. Ich bin, ich bin noch ne, äh, Weile online. Also, Eingabe-Lautstärke hab ich auf volle Pulle hier gestellt. Äh, ja, ich hab dich jetzt auch nochmal lauter gestellt. Ich hab ja auch ein neues, äh, Headset. Ich hoffe, das geht alles. Achso! Du hast gefragt, ob ich die Einladung bekomme. Ja. Das weiß ich noch gar nicht, weil ich hab hier seit 10 Minuten diesen Golf-Fit, äh, Start-Wildschirm. Ah, okay. Äh, mit drei Punkten unten, die da, äh, anzeigen, dass er lädt. Ah. Sehr schön. Lade, Ladezeit, oh, Lade, Ladezeit. Ladezeit, Ladezeit. Sehr ähnlich wie, wie SAP, ähm, Sanduhr-Anzeigeprogramm. So ähnlich ist das hier auch. SAP? Oh, warte. Sanduhr-Anzeigeprogramm. Okay. Ja, ich hör noch nicht meinen In-Gang-Sound, ich weiß gar nicht. Äh, nee, das ist ja normal. Da ist es noch nicht. Achso, okay. Das kommt erst. Das stimmt ja, dass ich kein Hörner-Wisky mehr habe. No. Du hast aber noch Springer. Ich spiel Golf-Fit immer nur mit Hörner-Wisky. Du hast aber noch Springer. Springer auf, äh, G9. Schachwitz. Warte mal, flach oder Schachwitz? Schach, habe ich gesagt. Oh, okay. Ich habe gestern Schach gespielt und ziemlich schnell verloren. Aber das ist bei mir. Ich auch nicht. What? Ich habe früher Schach gespielt. Und die Türme und die Springer relativ weit außen in der zweiten Reihe. Ja, es gibt nur zwei Reihen, also. Ja, ja, ich weiß. Das dann sei ja relativ weit außen. Ach ja, stimmt, wenn vorne die ganzen Bauern sind. Ja, ähm, ich überlege gerade, wie Schach mit drei Reihen wäre. Ach du. Vor allen Dingen. Ich meine, ich könnte das sogar vorstellen. Aber die Frage wäre, was man in die dritte Reihe, in die zweite Reihe packt. Also die neue zweite. Bei, äh, The Big Bang Theory gibt es ja 3D-Schach. Bei wem? Da spielst du auf mehreren Plattformen-Schach. Nein, nein, nein. Welche Serie? The Big Bang Theory. Also, ja, es gibt ja auch 4D-Schach, also. Echt? Das gibt es auch noch? Ja, ich glaube, du meinst, äh, weil, ich glaube, du meinst sogar eher 4D-Schach, weil das kommt in Star Trek vor und ich schätze mal, darauf beziehen sie sich. Äh, keine Ahnung, ob ich was gewusst habe davor. Na mal, wieso lebt denn der hier so lange? Das ist, äh, beim ersten Mal normal. Das ist normal. Das ist normal, bro. Deswegen hatte ich ja eben auch noch so lange meine andere Szene drin. Damit, äh, dieser wunderbare Ladebildschirm nicht, äh, den ganzen Stream einnimmt. Ja, Mann, das war doch nicht so lange wie bei mir hier, oder? Von mir waren es auch schon einige Minuten. Und bei Digi Neulich ja auch. Wo er das eine Mal hier reinkam. Kurze Frage, hast du, äh, das, ähm, Update gemacht? Jo. Okay, gut, dann, vielleicht muss ich das jetzt mal verarbeiten. Ja, Sound Alert! Und was war's? Äh, Coffin Dance with... Ja, äh, ich glaube, ich breche das gleich ab und starte nochmal von vorne, oder? Das kann doch nicht so lange dauern. Ähm, tell me why it's... That doesn't work. Tell me why that doesn't work. Immerhin, äh, werte zu Scheu, ihr durft die wunderschöne Musik des Graslandes... Ja, fang mal an, ich warte auf euch. Ich komm gleich ins nächste mit rein. Also die nächste Runde. Jo. Okay. Äh, okay, wenn Adaria nichts dagegen hat, bin ich dann auch dabei. Äh, mir ist das, ich rech' mich dann auch ruhig. Okay, dann, let's go. Ich diene hier nur zur Unterhaltung. Keine Rückmeldung, ja, hat sich aufgehängt. Ah, doof. Ja. Und Point. Open two. Open two. Ein Paar. Es ist ein Paar. Wir sind ein Paar. Keine Hole-in-One, aber... Nein, Kalkland spielt ihr. Hä? Ihr Monster. Hab ich doch gerade gesagt, Grasland. Ja gut, aber Grasland... Nein, ich hab bei Gras aufgehört zuzuhören. Da warst du schon wieder in deinen, ähm... Ich wollte mein Sphären. Kifferträumen. Kifferträumen. Oh, in One-in-France. Ja, ich seh's. Oh, drin! Sehr geil. Ja, haha. Denn nicht besonders... Hä? Ah, Point in Two. Paar. Birdie. Wird mir jetzt gerade angezeigt. Whatever you wanna call it. Who you gonna call? Ghostbusters. All in one. Ah, ha, 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 ha. Tim, tim. Tim. Bo-dab-dab-dab-da. Who bleibt da liegen? No. Oh, da ist der. Oder die, die, äh... Karte meine ich. Nicht? Nee. Ach, komm schon. Den Kurs... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Den Kurs wahrscheinlich, ne? ja warte reden wir gerade vom loch also von den teil der map ja ja das ist das loch von der ebene könntest du sonst auch rüber springen er hätte so rüber springen können von der ebene ist ja nur so ein tipp deswegen habe ich da immer deswegen bin ich da immer deswegen habe ich geschafft deswegen machst du das da immer in neuen schlägen der lädt hier immer noch nicht ganz bei mir aber echt er lädt immer noch hast du nicht aufgehört also hast du nicht abgebrochen also das lädt immer noch weil du neu gestartet jetzt und immer noch also neue station geht immer noch ja das spiel ist aber auch sehr geschafft sehr groß ja doch meine katze verhungert ja du kürzmüten zu essen jetzt sag mal ich wir haben zeit auch mal drin das war dämlich also nicht das was tun sondern was ich gerade getan habe ja 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 komm schon egal boink boink ja das habe ich mir auch gerade gedacht ich will nicht so viele schläge verbrauchen dafür ja besser ist das ich dachte für einen winzig kleinen augenblick dass er rausfliegt wenn winzig kleinen einen winzig kleinen ganz kurz das war knapp ich habe es super geschafft damit bin ich zufrieden ja ich wollte noch einen wund machen aber ein igel ist auch in ordnung immer die süßen kleinen igetchen ach komm schon mit gefühl ja ich werde jetzt naja du warst aber schon mal oben immerhin es fehlt nur noch paar cm mm bleib liegen bleib liegen bleib liegen so ja sehr schön 3 3 reiche und 5 bei mir auch nur in ordnung meistens brauche ich 4 das war diesmal ähm ja glück glück komm schon komm schon komm schon komm schon ja ich bin hier auf diesen einen der baumstümpfe gelandet das war jetzt auch nicht schlecht aus irgendwelchen gründen galt das nicht jetzt aus oder so ja naja was soll man machen das ist auch in ordnung hm alter alter ne die waren noch bei mir echt yes ich glaube das spiel mag dich nicht das kommt davon wenn man dauernd angibt nein auch nicht angeben ich bin wirklich zu gut angehbar genau das ist das was ich meine junge ein Film der was anders dabei denkt was nichts nichts alles 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 gut ach komm nicht deswegen so nein nein das war die kante nein die kante der münze ja ok ok kain aber schön dass du die anspielung verstanden hast ich weiß nicht ob das kain war aber ich weiß ja war es es war es war kain 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 fantasy link danke für deinen host vielen lieben dank witzel witzel hos 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 nix zu verwechseln mit millimeter Ja, diesmal war es aber Zentimeter. Diesmal lag ich wirklich nicht so nah dran. Ey, ich starte mal den PC neu. Vielleicht schaffe ich das noch, bis wir die nächste Runde machen. Ja, alles gut. död ich bin zu ich versuche gar nicht erst was war das nick die nächste das nächste loch wird ist das nervigste Je nachdem, wie wandern geht's. Oh Gott, ich bin im Eierbecher. Ja, das bist du. Ui, ui, ui. Ich glaube, du gewinnst diese Runde ziemlich sicher. Na, mal gucken. Wenn du vor mir drin bist und ich noch länger brauche, vielleicht... Wir wissen es schon nicht. Okay, und ins Wasser. Nein, das war knapp. Plansch, plansch, plansch im Wasser. Platsch, platsch. Platschi, platsch. Platsch, platsch der Pinguin. Bin dran, Birdie. Ach, komm. Birdie. It's a Birdie. It's a Birdie. Bye, bye Birdie. Ach, komm. Äh, was ist so, dass du das auf der für Sieben-Speakliste gibt? Äh, gut, auf der Switch weiß ich's nicht, aber ich weiß, dass es auf der Version für PS4 eine gibt. Ja, gab's schon. Da gibt's das auch. Oh, ich bin Autostrokes. Oh. Okay. Ziemlich, ich hab die Chulesisch-Flagge bekommen. Wieso krieg ich keine Deutschland-Flagge? Äh, so. Ich meine, ich krieg kaum Flaggen von Lindern, die mir absolut nichts sagen. Teilweise. Oder gut, die mir nichts sagen, ist vielleicht übertrieben, aber die mir nicht interessieren. Sorry, Tunesien, du interessierst mich nicht. So, wirklich. Lad mich mal ein. Äh, ja, warte, ich muss erst mal eine Map auswählen. Ähm. Jupp, das solltest du. So. Äh, jetzt lädt's grad selber. Ja, wir haben's gleich. So. Ähm. Here we go again. Naja, ich muss noch mal die Karte laden. Äh, da. Downloading Custom Map. Äh. Okay. Ich hoffe, du hast jetzt eine gekriegt. Auf uns geht's. Und ist es wieder eine Fantasy-Map oder sowas in der Art? Äh, irgendeine Wald-Map. Wald? Äh, aufsatz von Nord Stream-Eaktivität war mega getrickt. Ja, ich glaube, es geht. Okay. Diesmal zeigt er hier ein bisschen was an. Keine Ahnung, was du eben hattest. Upside Forest. 18 Stunden? 18 Stunden? Hättest du 18 Stunden gemacht oder dauert? Das sind die, wie viele Löcher es gibt. Achso, 18 Holes. 18 Holes, ja. Ich habe 18 Holes in Wille von Haus erklären. Ja, ich war, äh, damals auch sehr verwirrt. Mein junger Pader war. 18 Holes. Hey. Okay, da wurde ich hier gerade. Ich gehe so lange mal eben für kleine Königstiger noch. Ja, mein kleiner Königstiger. Ich werde das gleiche machen. Denn... Boah, ich bin drin. Wie geil ist das denn? Okay. Da mache ich später. Nee, ich gehe jetzt auch mal ganz schnell Pippi machen. Irgendwie bin ich in dein Spiel reingegangen. Doch, da ist es. Okay, Daria, bis gleich. Ja, ja, lasst mich mal alle alleine. Ja, tun wir doch gerne. Du hast noch deine Katzen. Okay, die sind sehr egal. Ich habe auch meinen Chat, der hier noch dabei ist. Ja? Mein Chat hält, wen ist noch troll zu mir? Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt kann ich dir auch antworten. Ja, das war ich damals auf der PS4 auch, wo ich mir das Spiel geholt hatte. Ich war auch leicht verwirrt. Genauso wie es auf der PS4 eine Taste gab, womit man diese Limit-Attacken sofort aufladen kann. Sodass sie direkt voll sind. Da war ich auch etwas verwirrt. Da dachte ich auch, okay, will mich das Spiel jetzt verarschen? Kann man ja auch dauerhaft anlassen. Aber, ja. Ich habe es nicht lang gespielt. Ich war dann doch eher für das Originalspiel, was dann da hinten in meinem Regal steht. Ohne Speed-Taste und ohne irgendwelche anderen komischen Tasten, die irgendwas komisches tun. Hallo? Hallo? Ja, moin, moin an alle durchgeknallt. So. Dann wollen wir doch mal eine Runde hier gewinnen. Was ist denn das für eine Map? Äh, eine Kasten-Map. Ne, 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 ne Kasten-Map. Ne Kustom-Map. Ne Kustom-Map. Eine Kasten-Map. Eine Kasten-Map. Eine Kasten-Mappe. Eine Kasten-Mappe, genau. Boah, das ist relativ einfach. Ladies and Gentlemen, das Spiel hat gewonnen. Frisches Vormfass geht als erstes rein. Gefolgt von Eidari IP. Hören denn die Spinnbeben hier? Welche Spinnbeben? Achso, das, was du da hinter dir herziehst, glaube ich. Ne, das bin ich. Das heißt Chaos. Chaos. Huch. Das sind die Chaos Emeralds. Nein, das ist was anderes. Huah. Nein! Ey! Oh, boi. Oh, boi. Ja, kann ich doch nicht wissen, dass ihr doch schon wieder abscheaten seid. Wieso, wenn ich abscheaten? Ich darf das. Nein, 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 nein. Himmel, wo bin ich denn hier gelandet? Himmel und Thun. Ich glaube, du kannst, okay, du darfst nicht, ich dachte, du könntest jetzt in das andere Loch gehen. Nee, leider nicht. Ja, bin dran. Hole in three. Sag mal, die einfachen Löcher kann ich nicht. Aber das kompliziert kannst du sowas doch immer, oder? Ja, die komplizierten, die kann er. Lieber Spartaner. Oder Römer, ich weiß gar nicht, was das... Ich glaube, ist das ein Spartaner-Helm ausgegeben oder ist das ein Römer-Helm? Ich glaube, ich bin ein Spartiat, aber ich habe noch... Nee, Spartaner. Ach, du Kacke. Ah, okay. Ich kann doch nicht auf einer Linie laufen. Nein. Doch, kannst du. Nein, kann ich nicht. Nein. Oh nein, ich dachte, ich helfe die. Sorry. Ich glaube, wir beide werden jetzt ziemlich viel nicht Spaß haben. Yes. Nein, 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 nein Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Und eingeloggt. Gefolgt von Fresh from the Barrel und Aydaria. Juppie. Schweine Wacke. Wie kommen wir da hoch? I mean, seriously? Yep. How? Oh, warte, wir sind jetzt im fünften Loch, oder? Sechstes. 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 Oh, das wird lustig. Oh, warte. Nein. Das sieht doch gar nicht so schwer aus. Es ist doch gar nicht schwer. Man muss es nur hinkriegen. Ja, man muss bloß es richtig treffen. Yes, yes, yes. Nein. Nein. Dann vorbeigekullert. So, jetzt. Jetzt aber. Oh, ihr seid ja noch da unten. Nee, jetzt habe ich es auch noch unten geschafft. Ja, ich gucke gerade frisches zu. Dem frischgezapften. Und geschafft. So, gleich bin ich drin. Geschafft. Nach sechs Fliegen. Jetzt fliege auch. Wir sind alle auf Gleichstand, fällt mir gerade so auf. Wir sind hier mit Amateuren unterwegs und Gleichstand, ey. Ja, wer ist denn da wohl ein Amateur, hä? Wer gehört denn zum Amateur? Wo mir dazu? Yes. Eingeloggt. Wir sind wohl alle Amateure. Dich eingeschlossen, Frisch. Und wir sind einfach noch im Gleichstand. Das ist interessant. Nicht rüberspringen. Hui. Ganz vorsichtig da lang. Mein Ball schwimmt gerade erst mal eine Runde. Planschi, Planschi machen. Planschi, Planschi. Ja, Planschi, Planschi. Das war knapp. Und geschafft. So knapp. 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 Erster. Ja, bist du. Noch. Ja, noch. Wollte ich gerade sagen. Wir haben noch 10 vor uns. Ist das nicht ein bisschen Klischee, Leute? Mit der Windmühle? Nein, gar nicht. Du kommst von den Taro. Nein! Oh, lecken. Hey, nicht in diesem Ton, jünger Mann. Das Film ist nicht ab 18. Oh. Oh. Mann, das ist so mies. Wie soll das denn gehen? Indem man es macht. Ich habe es geschafft. Ich auch. Also in drei Schlägen habe ich es jetzt geschafft. Aber dieses stilige Ding. So magisch. Falalali. Falali, 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 Falali. Ähm. Okay, hat es geschafft. Dumm. 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 Vigum gum. Dumm. Vigum gum. Okay, wo müssen wir hin? Oh, okay. Das ist interessant. Ich kann mein Haus von hier sehen. Nein, kann ich nicht. Ich auch. Und der Rest ist einfach nur noch rollen, 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 rollen. Rollen, 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 rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen. J.K. Rollen, 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 rollen. Nein, aber du bist platt durch. Komm schon. Nein, 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 nein. Bloß nichts machen. Bloß nichts machen. Bloß nichts machen. Und auch in zwei Schlägen. Alle in zwei Schlägen. Wir sind ziemlich gut gleich auf in letzter Zeit. In dieser Map. Hm, aber da ist jemand letzter. Oh nein. Ey, er hat mir den Weg versperrt. Nein. Ach, komm schon. So, in der Ruhe liegt die Kraft, wie man so schon sagt. Wusar. Wusar? Wusar. Schön die Urlöppchen massieren. Ja, stimmt. What? What the Schnitzel. Mit welchem Film war das nochmal? Yes, yes. Oh. Äh, one and one, aber, hey. Äh, bad boys. Huch. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Eww. Bad boys, bad boys. Bad boys for life, bitch. Ey. Nicht in diesen Ton. Das sind das, glaube ich, ganz arg, weil wir immer noch nicht erwarteten sind. Nee. Was? Jetzt ist immer noch erwarteten, der Stream. Aber Bitch. Was ist denn ein Bitch? Du hast Bitch gesagt. So. Du jetzt auch. Ja, aber ich hab dich zitiert. Immer dreimal mehr als du. Oh, Kindergarten-Taktiken hier, was? Ja. Immer dreimal mehr als du. Ich mag dich jetzt nicht mehr. Bis morgen. Nein, nein. Du bist nicht mehr mein Freund. Das da hinten scheint unser Loch zu sein. Ach, komm. Das war jetzt doof. Ja. Ich geh hinterher. Hallo. Planschen. Zusammen planschen gehen. Du zuerst. Nein, das war zu weit. Jo, aber noch mal ins Wasser rein. Einfach, weil es so lustig ist. Ich hab dir mal das nächste Loch bei uns erkundet. Okay, nice. Du auch. War auch bei Loch 14 gerade. Jetzt bin ich drinnen. Ich hab dich schon wieder auch kommen. Jetzt bin ich drinnen. Fühlt sich gut an. Oh. Bro. Hm? Bro, bro, bro. Wenn man es endlich mal geschafft hat, ist so gut. Oder was? Jeder weiß, was du mal. Jeder weiß, dass das doppeldeutig war. Ey, du bist so versaut. Du hast gesagt, es ist versauter Sprache, wenn ich von, als ich vom Loch geredet habe. Ja. Immer dreimal mehr wie du. Ja, es ist draußen. Es ist draußen. Nein! Und die... What? Brr. Brr, seriously, brr. Brr. Warum springst du eigentlich nicht? Kleine Schiffball. Hey, hör auf, den Ball zu beleidigen. Der kann gar nichts dafür. Was meinst du, was der Ball... Deine Fähigkeit. What? Ich glaube, wenn du weiter deine Veluta Aidari beleidigst, dann kickst du sie nicht. Ja. Planschen. Wobei, nee. Es gibt noch was Schlimmeres. Beispiel. Das ist nicht jugendsfrei. Siehst du das Loch? Das ist nicht jugendsfrei, was ich hier... Nicht mehr sauber machen. Was? Hm? Nicht mehr sauber machen? Wir werden nicht... Hä? Nicht mehr saugen, wischen... Achso. Sexismus. Nein. Okay. Ah, das ist die Map, du meintest. Juuu. Ja, nope. Das war nicht so gut. Das seid ihr wieder im Einlocken. Ja. Okay, das klappt schon mal nicht. Das klappt schon mal nicht. Oder vielleicht doch. Beziehungsweise auch nicht Einlocken. Ich verteile dich hier einfach nur meiner... Yes. Ich hab's geschafft. Nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Ich hab, äh, die Spring-Mechanie genommen. Nein, ich hab nicht gescheatet. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ey, Kaya! Was geht ab? When you leave me, it's so grey. No more, no more, hey. No more, no more, no more. No more, hey. T-t-t. Du, 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 du. Tö, du, 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 du. Eine schöne Pflanze hier. Du, 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 du. War so schön gemütlich. Und damit ich nicht dranbleiben. Ja, was? Jo, Kaya. So, da wandert der Ball. Kleinschen. Ich, ich, ich versuche jetzt mal, mich an dem See pferdchen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, oh, sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Ja, freu dich noch nicht zu früh. Freu dich noch nicht zu früh. Naja, komm schon, du bist gleich im Dingens. Na, das heißt nichts. Das heißt nichts. Das bedeutet gar nichts. Das ist das Grauen. Und bei ihm war es zu wenig, interessanterweise. Nein. Boah, hat er ein How-in-One gemacht. Du bist Kilometer weit weggeflogen. Du bist schon wieder im falschen Loch gelandet. Okay. Du bist nicht falsch. Du hast gescheatet. Du hast was tief gescheatet. Da konnte ich echt nichts sehen. Du hast gescheatet. Da konnte ich tatsächlich nichts hören. Jetzt hätte ich, ganz ehrlich, jetzt hätte ich das gern bei dir gesehen. Der hat gescheatet. Weißt du, ich sehe ihn da nur wegrollen, wegrollen und warte, dass der irgendwann mal auftaucht, ne? Nö, der taucht nicht auf. So, geschafft. Nein. Vielleicht gibt es ein gutes Loch. Nein. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Das ist ja das Wasser. So viel nasser. Unter dem Meer. Planschi, Planschi, Planschi. Du kannst auch darüber... Ja, das versuche ich schon die ganze Zeit. Geschafft. Ich will ja nichts sagen, Leute. Bla, 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 bla. Du sagst da gerade was. Ja, das lag daran, dass er gescheatet hat. Deswegen sagt er das? Ne. Aber ich. Okay. Ne, sag mal, weil er gewinnt. Mal wieder. Wie jedes Mal. Sorry. Dein Ernst. Ja, komm schon. Und geschafft. Ich auch. Was ist? Das interessiert keinen mehr. Ähm, mich interessiert's. Nein. Nein, das interessiert keinen mehr. Das Fisch ist schon drin? Nein. Oder? Ne. Jetzt. Und man hat sich wahrscheinlich mal wieder gescheatet. Bei dem Lachen. Nein. Ja, nein. So, wie's aussieht, bin ich Zweiter. Ausnahmsweise mal. Ja. Yes. Zweiter. Oh, der Kattonsmoke. 51, 61, 71. Yay. So, wer gibt einen aus? Der Erste, ne? Genau, bin ich dafür. Alles klar, geht auf mich. Wunder, 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 wunder aufhören. Äh. Pff. Das war's.